Es scheitert im ersten Level schon zweimal. Let's go, erster Kontakt. Soll das nicht so schwer sein? Hier am Boden kann ich machen. Ich probiere mich mal nach oben zu schieben. Machst du eine Artilleriebombe? Hinter mir, musst du es sagen, Junge. Spring rein. Salam Aleikum. Mach schnell. Halle, willkommen. Hallo Leute, willkommen zum weiteren Part Metroid Blast. Heute werden wir einige Level noch auf Meistern machen. Ich weiß gar nicht, wie viele wir schaffen. Schauen wir einfach mal. Let's go, erster Kontakt. Soll nicht so schwer sein? Und übrigens, wir sind jetzt auch wieder Back in Business. Yeah. Wir brauchen 50% Ministers, müssen treffen, der Schüsse. Also am besten genug Zielen. Und ja, das soll es nicht passen. Und wir haben schon 3,5 Stempel. Einen gibt es ja, wenn man alles auf Meistern hat. Den zweiten weiß ich gar nicht. Muss ich noch schauen. 100% Referat, okay. Schießt immer öfter, kann das sein. Ja, jetzt kann ich aber nicht steuern, leider. Mal schießt du auf den. Ja, das war eigentlich kein Problem. Du beginnst von rechts. Mein Gott, wo schießt der hin? Von Aufmerkaufschuss war keine Rede. Das heißt, ich kann eigentlich aufgeschlagen Schuss hin machen. Sag. Boah, die springen alle da rein. Und tschüss. Was? Was? Ja, weil du immer mehrmals schießt, darfst mir irgendwann das machen. Okay? Was schießt immer dreimal? Aha, schau mal hin. Der schießt immer öfter und trifft einmal nett. Was? Ja, ja, ja. Sieht man schon. Junge, was? Warum? Weil du die ganze Zeit scheiße baust alles zusammen schießt. Lass mich doch einmal was treffen. Weil du schießt immer auf den Duschen getroffen hast. Ach, was? Schießt auch gar nicht. Wäre vielleicht sogar besser, weil 500% der Schüsse aller Spieler müssen treffen. Also 50. Wir müssen das aufmachen, wenn du schießt. Okay, du fangst links an die rechts. Ja. So. Abi? Ich fang rechts an. Was steht? Rats in den Schuss. Gut. Ich fang rechts an. Oh, da bin ich. Der Rats geht um. Alles von meiner gewesen. Wieso? Das ist so wuscht. Ist so wuscht. Wieso? wo schießt der hin gezielt nach unten sieht man bei der aufnahme die zieler und verschießt zum mal einer reis wie das ist schon heftig gewesen weil die laste den übrigen schiffst du auf den also ist der trefferquote kriegst jetzt ist der fucking ernst es scheitert im ersten level schon zweimal let's go erster kontakt soll nicht so schwer sein dass du bist echt gut einfach einen gegner okay ich habe richtig und sagen okay ich kann es sein dass du triffst den ganzen ganz gerade auf den und das schießt aber eben wohin ja lass es bleiben still ein gegner 2.000 jahre später durch wir nehmen schossen ich habe zum glück endlich mal was ist denn das schon denn ich habe dann ihm schossen du bist auch wieder leben ich habe nie den schuss das erste mal was auch meister an heftig weil es sei das gewinne mit auf dem tag ok mein aber auch da ja das auch nicht so schwer sein nur wenn es nutzen wir werden nachschauen was der zweite stempel ist weiß ich gar nicht warum hast du es geschossen das ist so intelligent war das schießt automatisch aufladen dann schauen wir das schöne schenken wir haben 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 wir das ist gerne mal schießt die warte aber es ist man dass man einfach nur mit aufhören und abgehört umbringen darf umbringen vielleicht mal start also umbringen und so sieht schon er kann die ganze zeit an den druck schalten einfach drauf geschossen jahle es ist unsere als gefühlt sie mal so groß wie deiner ja und deine explizite gleich wenn es wieder gar hatte ich habe ihn gebracht heftig muss der bombe ausweichen die unter zu schießen drücke um dich um zu sehen das spiel ich gar nicht durchgespielt müssen weißt du das ja auch nicht aus der treffe treffer auftstand der herz kaputt gemacht helfen nach treffer abschüssen aus ich will Ich triff! Schütt, der rennt davon! Triff! Ich hab ihn! Oh, du hast fast nie getroffen! Was musst du machen? Die am Boden kann ich machen! Ich probier' ihn mal zu schieben! Masse Artilleriebombe! Ich hab' fast wen getroffen! Du hast wen getroffen! Doch! Aber der wird mit meinem Schuss grad nicht! Ich hab' gerade selber getroffen! Dafür ist anderer verregt! Nice! Du bist so scheiße! Du schiebst einfach! Nicht schießen! Junge, ich muss immer aber schießen, bevor ich meine fucking Bombe mache! Ich spreche ihn mal kurz! Ich hab' auch noch mal kurz! Ich hab' auch noch mal kurz! Oh Gott sei Dank! Du kannst das sonst gar nicht machen! Oh Gott sei Dank! Du kannst das sonst gar nicht machen! Ich hab' schon geiles in die verbargten Nintendo hat das nicht gefixt! Und irgendwie geht das gar nicht! Ich hab' auch noch mal! Das ist kein Treff1stecken! Und sie ist einfach! Das soll gar nicht ein Problem sein! Ja genau das Gleiche was von Leuten bei worden ist! Was ist eben für mich? Der Hauptstrahl auch selber ergibt! Du echt? Was? Da streben den sogenannten Meistern! das stimmt! bezieht alles hilfes da kommen ja so viele das ding geht mal da hinten ich hab alles ich gemacht ich hätte mal geschossen, das ist interessant pass auf Bro ich halte die Fenster hier und schaffst es ja, easy du hast es getroffen ja, tschüss ja, das ist eigentlich nicht schwer hey, wie wir zum Boden gesessen, so komisch du willst sagen, weil ich es jetzt wie auf den Boden das ist aber easy gewesen so, next one 15% ist ein bisschen Treffer Vortexplage musstest du nur den Gegner treffen, dann muss es ihn ja killen oder beziehungsweise Schaden machen ja, Schaden machen schon sagst du? was sind die Treffer sonst? ja, Treffer kann ja sein, dass du es gegen den Gegner triffst halt nicht penetrierst sie hat halt das gleiche also schön da gezielen hab grad einmal geschossen hast du ihm geschossen? so oft weil du immer Scheiße baust lass mir doch mal was man, Mensch, lass mich schreit nicht so kill den kriff sie nicht mal das schluss ist durch den Buch kann und das ist 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 auf den schiffst du? auf die ganz rechts auf den der ersten mitten ist ich versuche der kommt der ganz hinten die wegen getroffen und wiederum hingezielt habe hab hab ich hab ich nice meme angibst du noch? hab ich der neben geschossen mit aufladen mach du am besten wir sind es nicht die sie abräumen verschießt bade die schießt so was ich setze vorab zieht es ist hier müssen schön und das wird die hauptattraktion ist dahinten der Turm dafür ist zwei weil er ist auch noch an der Zeit schöner als der bei der fett und hässlich es war es wieso sitzt ihr am Boden 56 hast du glück gehabt weiter geht es siebte es gewinnung mit auf den attacken bei denen ja ok du kümmerst die um die luftsachen im netz weil ich kann keine luftsachen du kannst gar nichts gegen die machen weil deine explodiert bei berührung meine bieten bei zeit nach zeit ja da kommt einfach mal ridley ne da kommt einfach mal ridley und da gibt es keine anziehen fucking gegner pass auf es kommt ich kann nichts machen und ich hätte einfach zerstört den kick aber wir wollen es treffen lassen es ist gut oh ich bin davon drüber gesprungen wie ein junger gott da lasst drehen den schwanz was probleme ah k die warte bis er wieder sein schwanz auspackt genau und dann warum machst du nicht du stehst da bis er verliert wir haben es war noch viel entspannt ich lasse die stück scheiße zeig dich du hast noch ein gegner jetzt das ist doch nicht gehitert worden ist dann halt so tschüss du kleine schluchten du bist richtig okay so easy das ist mir zu geil aus schaff ich bin da stehe an der board und so next one chip tonado mit mindestens drei reise kreft also die strategie ist die gute lange holen alles und dann hole die ab und die flüge überall hin oder die sagen ja jetzt die web ist aber geil ja ein und dauernd schon nachschauen was man beim zweiten machen muss ich bin immer zu blüter für den druck mal weg salami chips das sechs stück an der zahl die die mucke ist auch so geil bei der map sammeln an den schiefst du bist du bist sammeln die hässlichen chips so so wie ich es in der hässlichen gesicht aber ich dann schiebt sie waren drei stück jetzt vor da liegen zwar von dir was ja ich bin gerade schon da das ist alles sein oder sehr schön wo ist mein letztes wo ist mein letztes anruf alles das hier ist oder immer so früh noch fertig absolut das ist ein bisschen worden gehen die schausend für die welt ganz begleitet das ist ein guter aber auch noch wird die wohl das so ich habe gedacht man es war es so die mann der fein jeder auf das west du bist nichts rein und die probier immer du musst überstehen bleiben ja genau das machen wir so dass wir haben es 16 minuten dann können wir sogar noch was anderes anfangen eigentlich sonst aufgeladen schuss verwenden erzählt es jetzt dass jeder schulden die auf genau schluss drauf schießen was hast du gott gemacht es war die explosive boy so back back zeigen dass er schon gewinnen geschenkt das ding sagt du kannst unten die ganzen dinger von den kaputt schießen ja keine ganzen die haben oder was du mir das darstellen soll genau keine zu dir die wille zum hässler ich bin auf dem kolleger tschüss aber ich habe mit dir also viel gewiss oder rechts 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 jetzt danke damit spusten hast du sie haben aber darf marke ja das alles außerhalb verkacken dass da mir warten genau sagt auf damit einer mit 1 und 2 es geht noch kommen sagt zweit ist da drin zück über schnell vorher kommt dies danke ehrenmann das war alles abbauen und bist du drüben auf dem tower drauf ich schalte wieder auf müssen wir im guten heim mit weg sich das liegen da ja das sind die ganzen hässler uns noch drauf dann geht's auf mission mit ihrem stück scheiße ich glaube hat sich alles liegen wo wir mal aus da ist man es jetzt der steckt da oben wie play schickt mein helmes weg da ist da ist noch ein tschüss du hast noch ein fetter ist noch ich habe das was ich schon und vorbei ist die schicht in ferner liegt das stimme jetzt ich habe noch viel stuff aber wir können hier sogar noch anfangen ja easy frost gefecht 50 prozent aller schönsten treffer und das ist alles mit dieser lappen oder ja du musst immer warten bis sie angreifen dann geht's schön sie genau auf die zu das ist einfach da ist nichts an diese komischen hässlichen freaks die kummer noch da kommen sie netter liegt da nichts drüben warum was kommt denn da die weichen für die ganzen raketen aus so macht du ihn da könnte ich am besten mit einem auch du hast bei denen ist ja jeder aufgabe schuss muss treffen wo schießt du hin mein jung ich weiß warum warum denn hast du nicht hast du nicht gesehen da hinten rennt er hast du den da doch ja wirst du kollege junger wo schießt du hin ich geh am boden mit mir mit das schaut so wie es aus ja lalalala ich geh mal mit dir mit ja wie geht's gut oder ja das ist die das ist oi lalalala wird halt weiter hin oder hinten lass mir mal kurz die hinten zerstören mann dass sie mehr stellen auf die kone noch tun ja und schnell vor allem ist bei dieser mission der absoluter oberkrieg ist es bringt gar nichts das ist eher schlecht also hoch die machte die zu mir kommen ist dann nach unten gefallen aber der kunden war das letzte wende noch zwei bilden hat es doch an was nicht machen oder brauchst du noch treffer hast du noch weniger ich habe er hat gar nicht so ein bisschen verwandelt er hat vorhin ihn tritt muss er geschützt und weiß daran ja ich wusste hinter noch ein bisschen auf dem boden und 60er und dann gereicht diese drei diese schüsse wäre schon so anzeigen auch mal noch ehrlich sagt was machen ja dann machen wir das schwere noch das ist ein bisschen zusammenkarten jeder aufgeladen eisschuss muss trefft ist es einfach so erwarten bis sie genau bis sie so zu dir dazukommen weil er wenn sie roten ergreifen wir schauen was dafür ambitionen noch ist das wollte machen heute vergisst du darauf im körper des riesen hast du da rein kann man da rein dann bist du was das war beim nächsten mal das ist noch auskommen was sie sind es im körper im körper des riesen hast du kannst du in der reine oder was das keine der sein der andere die auf frisst du kannst da rein springen dann immer den da oder du kannst dabei am besten hängst du dir auf mir drauf und dann springst du runter oder doch der verein und sich wieder außer ich springe einfach von dir ab das ist das ist jetzt probieren der kommt ein strange rolle kippen aber muss doch du musst du da einmal den spüren oder was sind wieder gerade na ich habe wir müssen so abwechseln also warte ich jetzt mal drauf da wird jetzt an die bühne brauche und kurz kurz war die ich habe drauf geschossen kommt zu mir jetzt nach heide sie ist denn jungen das ist das du gehen da war der rechts auf die was soll auch sehr für die klappe auf was zum finalen schlag ist das meine dass wir eine ich will nicht die gönnen das ist das was die kleine da lasst mich drin das ist das ist das was wir aus tun was das ist in der rakete eine schistung drin steckt was passiert wenn du eine gs und wenn man steht beim ersten bus schon traurig dann ist ob man da rein kann die probleme sniper ein kumpel der tit einer also ohne die hallo ist heute ohne mir reinkommen commercial pro über die über die der bauch ist sehr angenehm das schön warm ich muss erst mal scheißen aber richtig abdruck oder denn da das war es erst mal verstrahlt die schädige schnell für die brocke ok weiter scheißen und tschüss weiter scheißen steckst du da drin ich bin drin Hilfe, Hilfe, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott da geht noch was zum hink ist ob man das echt kann machen kann ok dann machen wir es mal kurz ruhig oder kann man eigentlich das auch machen also kann man das machen und da wieder rausgehen so sagen wir das vier striche soll sie ausgehen für ein kurzes level netzigo oh Gott, ich spiele gamepads wie geht das oh mein Gott, ich spiele wie verwendet es ich spiele das so oder andersrum so sehr egal indegen nur oh 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 oder immer noch vier dort kommt aus mach ich nein ob das echt geht oh mein Gott, oh Binnie nein Binnie bist du neu extra raune musst du erstmal beschleunigt zu Hause fliegen ich bin cool die jedendlich eröffn sich für die scheiß noch kalibrieren hähnen die kamera dran, oh mein gott schau dir den geil boy an, ne das ist wichtig ist ein Joktor als Piesty mein Gott der Verlieben von Kraft ich will es ja wird er nicht zu mir und zu mir ich bin da oben kann ich schon nicht ganz und bist du runter du wirst willst was da eigentlich wissen habe ich nicht doch hast du schon komm ich kann da keine hat die macht okay ja nach auf jungen das wird einfach die kamera bis zwischen so ich stehe schon so war das immer gegeben darunter spring jetzt du bist drin jetzt muss die zahnkugeln ist am besten dann warst du am längst drin ging als rechts kann man das ja ein bisschen konnte ich habe kurz mal ist der nasen gemacht eifel fast schluss die scheiße ich gespielt das ist unglaublich tschüss 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 ah man kann zoomen geil ach guck mal so als bodentyp gar nicht weiter wo bist du denn da oben da ist noch einer na bin schon da kommen du bist du scheiße komm schnell der bus kommt scheiße muss kommt ich muss laufen wo springst du hier liebt noch was war das denn ich bin fast dort weil du den scheiße machst du machst komm her komm her das ist die scheiße hol doch einfach mal herz den lampen wo ist das denn der inkludenz und liegt uns immer gut wie kann man denn ganz spielen mit knöpfen junge mit fucking knöpfen wie scheiße spielst du das drüben rechts hinter dir rechts wo ist rechts reiser fragezeichen wenn es geht es noch aus man kann von der knopf springer los schütteln wieso ich bin da da ich spreng die nochmal es geht nicht komm gönn ich bin da komm let's go mach auf die scheiße da denkst du dir was das ist wir finden warum haben die app ihr habt das erste level geschafft da schau warum springt ihr denn rein was macht das das war gut ich bin ein Bonn ich bin tot Da oben da fuhr 4 4 4 du bist gerade 2 glaubey und du bist eins da will ich noch schieß auf das okay ach so lernfeld ich bin so schlecht So, mein Kumpel, was geht du, Herr Sloan? Ich habe keine Garten von mir. Fett! Wofür ist der? Wer nicht auf DOOM? Yes. Weg. Ich bin schon wieder verreckt. Ah, lol. Da links! In der Mitte zwischen 2 und 3, bitte, aufmachen, dort wo du gerade die Bombe hingeschossen hast. Lol. Dann ist drin! Springen wir! Ja, ich bin fast so, so auf der Kommandierung. Mach komm, mach rein. Du bist echt gut, was du bist. Ja, wer schießt alles auf mich? Ich glaube es selber. Wo ist es? Da! Ist drin! Da, da! Rechts! Wo? Da, genau! Danke. Das ist so ein Action-Shooter, da musst du so... Revierungssteuerung, richtig gut. Revierungssteuerung? Frisch. Aber woher bist du? Warte, der runterflug ist weg! Warte, der runterflug ist weg! Und dann in die Lava! Genau! Veranstecker mit anderen! Da bist du! Da oben! Du bist ein Heslon! Hellendiger Heslon! Mach's vorbei! Ja, mach rein! Ich habe in diesem Rost gekümmt. Ich bin tot. Was machst du denn? Da unten herz! Wo? Ich habe unten herz aufgemacht. War katastrophe. Das ist ja echt so. Da! Yes! First Hits! Junge, was sind das hier scheiße? Was machen is Raketen?? Genau! Wieso sollen wir das denn schaff'n, wenn der dann fucking Raketen auf uns schtersen? Und wenn der immer abgebrochen wird? Gib mir das Grothherz! Scheiße, Ist wohl die gerade nimmern. Ok its... Second try? Das war denn diese ... Raketen immer! Das ja hehehe! Was fa akk kümmjet gehen? ja endlich verreckt du scheiße was denn weiß ich kann gar nicht das bodenkämpfer scheiße wurde aus das mal leben du hast du noch zehn drucken dann kannst du im körper des riesen endlich das ist geil du steckst aber denn dann waffen arm in so was wir haben von kreuz geben das geht doch erst mal rüber wie du den modus gefunden hast extra modus ich mache dabei mal ein bisschen bisher haben wir am meisten gespielt werden echt er muss sagen ist auch was der modus der meiste spaß dort ist echt cool also ich finde das konzept echt geil ich finde es auch cool dass es so viele arten gibt was geht es es gibt also es gibt für die fans aus wie mit fans was für mario fans es ist echt wie jetzt ist es echt scheiße das ist ja kein mario das ist dann vom kompletter und sagen wollte und für den fans für linken fans das ist das linke zelda wer mag selda ganz ehrlich mit der wachst du ich jedenfalls so wie die jene hier jedenfalls fliege wie er geht da ist da ist er fliege das ist er eine mücke der drüge aber weiter dort er geht fast wie es echt cool ist es so so eine Art Shooter gibt, dann noch von oben, das so ein Big Ben ist und dann auch noch Zelda, das mit der Bewegung steuern, das finde ich alles ganz cool. Ich kann mir jetzt ganz einigen, was jetzt mein Lieblingsmodus ist von den dreien, aber das sind auf jeden Fall meine drei Lieblingsmodi, von denen man jetzt hört. Ähm, ähm, und ich finde es ganz cool, ich finde es auch besser, dass sie jetzt verschiedene... Willst du mich ganz verarscht, das geht ja doch rein. Das ist jetzt verschiedene... Zum Glück. Verschiedene, ähm, Masteraufgaben oder wie alles? Quests. Oder, na, ähm, Aufgaben für, ähm, Meisterung. Meisterung, genau. Ja, das ist jetzt auch verschieden, es gibt nicht so, wie bei den Landschaft Zelda. Das finde ich ganz cool, ähm, was ja cool finde, ist, dass es so viele verschiedene Gegner gibt. Was nicht so cool finde, ist, dass, äh, so oft, also dass einfach alle Bosse auf der gleichen Map meistens stattfinden. Und alle wiedergefüllt wiederverwendet werden. Gleiten sie was mehr machen sollten, bei den Kindern, wie bei Big Man, sozusagen. Und das sind, äh, zwar, die gleichen Wesen, aber dafür wurden sie verschw... schwieriger gemacht. Und, äh, sie haben... Ist das so schwerer geworden? Ja, das sind ganz drei verschiedene, das sind, was sie sich dann so auch schwieriger geworden. Es hat gesagt, dass wir andere gehen, davon noch gewesen sind. Leute, anfangs war aktiviert. Der ist einfach von unten mal hochgeprallt. Bitte hier rein. Yes. Skiller. So, aus dem Kressen, das haben wir schon. Das war's. Ja, ich muss sagen, ich finde den Modus auch sehr gut. Das ist mein Lieblingsmodus. Bei mir ist das Franch und dabei so, ähm, mit Ritblast, danach kommt, äh, schon sehr Battle Quest und danach dann Pickman Adventure, Pickman Adventure, irgendwie schon... Es ist ein cooles Spieler auf Dauer, es ist irgendwie, na ja. Und... Ich bin vor allem bis vor... Du weißt, das letzte, das vorletzte Video, äh, Video, genau. Level. Hier was ist an einem Level, wo immer mehr Gegner kommen zu müssen. Das fand ich echt cool. So, dann machen wir hier alles fertig und nach sieben wir es gleich wieder. Zehn Stück haben wir noch. Geht's noch eins aus? Nummer 27. Ja, geht's noch. Ich hab nütz. Nun, das gute Verteilte ist schon. Passt auf. 20 Dinger haben wir. Ja, so einiges. Drrrr. MG. So bist du. Let's go. Dann machen wir noch ein bisschen Pack-Opening. Eins. E-Zähl mit, damit wir wissen, wie viel wir euch aufgemacht haben. Das ist das Hammer schon, aber keine Ahnung, warum ich hier zurückverpackt bin. Warte. Flotte Pflanze, genau. Flotte Pflanze, genau. Ist beim Arsch kaum Boots. Das war leider. Find's komisch, dass... Na, das war nicht, ist anders. Das Video jetzt. Ah, damit kann man gleich alles anpacken. Okay, gut, passt auch. Wie, was? Hast du noch ein bisschen an da? Ja. Ja. Gut, das ist ein Zufall-Mix. Das ist noch ein bisschen Soundtrack hervorzu. Glaubst du, wie viel braucht man denn noch, um alle freigeschalten zu haben? Keine Ahnung. Aber es ist hier noch viel, oder? Ja. Und schau da hinten, das sieht man sogar... Ja, es ist wirklich so, was ist denn? Ja, und das, was jetzt passt, danke allen fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's dann bei den restlichen Extras noch weiter. Können wir noch reingehen? Es wird Extras. Ja, bei den restlichen ja auch Meisterung, natürlich. Versteht schon, was ihr meine, hoffentlich. So, also da gibt's dann hier noch weiter. Dann machen wir die restlichen noch. Und auch die Extras, die müssen wir auch noch heute noch fertig gemacht werden. Aber seid gerne dabei, lasst gerne einen Like und Labo da. Bis zum nächsten Mal und tschüss. 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 Tschüss.